Also damit meine ich nicht, dass ich aufhöre. Ich nehme einfach mal wieder ein paar richtige Charaktere. Was ist im Bild? Und wie gesagt, da steuert es sich doch gleich viel besser. Ich kann mir hier das Gemüse holen. Hier ist der gleiche Pilz. Das wusste ich gar nicht. Ich dachte immer, dass wenn du da bist, um mich zu verarschen. Ich dachte, das kann ich so verstopfen. Aber so ein Pilzkorken reinstecken, da kommt niemand mehr raus. War falsch. Ich scheiße jetzt einfach mal auf meinen Vorwurf, jeden Charakter gleich aufzuspielen. Ich glaube, ich spiele auch Level 2 mit Mario. Okay, gleich zweimal Schaden genommen. Ich tanze nach vorne und habe eine rote Mütze auf. Wer bin ich? Ich bin Mario. Hey to me, Mario. Ich kann das nicht, ich kann das vielleicht bei Luigi, aber... Mario synchronisieren, das ist eine von den Größen, die niemand wirklich gut nachsprechen kann. Das würde ich ehrlich gesagt noch nicht mal Marty Fischer zutrauen. Der spricht da zu viel zu tief. Mir geht es irgendwie manchmal hinaus. Ja, hau dir, hau dir am besten noch einen Hit in die Birne. Wenn ich schon, dass du genug hast. Meine... Ja, das meine ich mit den zwei Blöcken Hitbox. Meine NES ist... Ich will nicht sagen so... Nee, das ist mein Computer. 5, 6, 5 Jahre vielleicht. Meine NES ist... Fünfmal so alt. Und die schafft das noch problemlos. Ja, das nehme ich. Nehme ich ab. Soll ich mir recht zu nehmen. Du kleiner westgrauer Pisser. Reiß dir die Birne ab und kacke in deinen Kopf. Warte mal, ich hab hier... Bin schon so rutscht. Ich hab ganz vergessen, dass ich eigentlich hier... äh, nicht so oft verkacken wollte, dass ich hier dann... ... ... Ach, YOLO. Den und da weg. Jetzt hab ich hier noch exakt einlegen. Gratuliert mir. Ey, das funktioniert sogar richtig gut. Langsam könnte man so sagen, werde ich warm in dem Spiel. So, so nach der Phase, wo man aufhört, sich hier richtig aufzuregen... ...wird man warm. Das ist so, das ist so wie beim Joggen. Man joggt so 20 Minuten, bis man seine normalen Energiereserven aufgebracht hat. Und dann wird man einen Kurzschlapp machen, bis der Körper weitere Energiereserven mobilisiert. Und bis dahin geht's einem natürlich scheiße, aber danach, dann kann man richtig durchziehen und das stundenlang am Stück. So, ich würde hier ja nur keinen Fehler machen. Ja, okay. Jetzt... Das war... Das war's. das letzte Lerl war sowieso scheiße, wenn er gehofft hat, das zu sehen, dann... Nee, ist einfach nicht drin. Und der Boss war eigentlich genauso kacke, der Boss war eigentlich sogar noch relativ leicht, wenn man mal überlegt, wie das Spiel war. Und naja, das war's. Schau, bis mal wieder irgendwas anderes aufgenommen hat.